Sie sehen, wenn Sie sich diesen Begriff der Arbeit anschauen, als etwas, was mühsam sein kann und was auch darin besteht, immer wieder dasselbe zu tun, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, diese Arbeit schon automatisch mit Lohnarbeit zu identifizieren. Und dass die Überlegungen, die Arbeit nur als Lohnarbeit zu verstehen, eigentlich eine Engführung im Arbeitsbegriff ist. Diese Engführung hat natürlich Methode, weil es durchaus ein Interesse, ein wirtschaftliches Interesse von bestimmten Leuten daran gibt, dass wir selbst meinen, wir arbeiten eigentlich nur dann, wenn wir in Lohnarbeit stehen. Und eines der ganz entscheidenden Probleme für die Frage nach dem gelungenen Leben ist die Vorstellung, dass unser Leben dann gelingt, wenn wir eine Arbeit haben, mit der wir Geld verdienen. Nicht die Vorstellung, dass wir arbeiten müssen, dass wir tätig sein müssen, sondern die Vorstellung, dass es diese Art der Tätigkeit ist, durch die wir unseren Lebensunterhalt gewinnen und finanzieren. Eine Vorstellung, die, wie ich später noch ausführen werde, überhaupt erst mit der industriellen Revolution beginnen konnte, mit der Industrialisierung. Wie problematisch das ist, hat schon Hannah Arendt erkannt, die im Jahre 1958 ein Buch geschrieben hat mit dem Namen The Human Condition, also die Bedingungen, die menschlichen Bedingungen. Ein Buch, was also sehr misslich ins Deutsche mit dem Titel Vita Activa übersetzt worden ist. Hannah Arendt schreibt sehr voraussehend, Was uns bevorsteht, also in der Gesellschaft, was uns in der Gesellschaft bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? Es ist ja eine Arbeitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll, und diese Gesellschaft kennt kaum, oder noch vom Hörensagen, die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten, um deren Willen die Befreiung sich lohnen würde. Nur damit ich nicht missverstanden werde, es geht mir überhaupt nicht darum, einzelne Individuen kritisieren zu wollen, für die die Arbeitslosigkeit wirklich eine sehr schwere Krise, wenn nicht sogar eine Katastrophe bedeutet, weil das Konsequenzen hat für ihre Familie, für den Wohnsitz, in dem sie stehen, und so weiter, und so weiter. Nur ich glaube, dass es neben diesem materiellen Problem noch ein ganz anderes Problem gibt, nämlich das Problem, dass der Wert des Menschen, dass Menschen ihren Wert des Lebens davon abhängig machen, dass sie in Erwerbsarbeit stehen. Und keine These könnte verhängnisvoller für die Frage des geglückten, gelungenen Lebens des Menschen sein, als an diese These zu glauben, weil völlig klar ist, dass zumindest die meisten Wirtschaftswissenschaftler der Überzeugung sind, dass auf Dauer die Arbeit schlicht und einfach weniger werden wird. Der Professor für Volkswirtschaft an der Technischen Hochschule in Aachen, Karl Georg Zinn, hat beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, dass Vollbeschäftigung eigentlich nur dann erreichbar wäre, wenn wir unsere Rüstungsindustrie wieder ankurbeln würden. Dann würde also in zwei bis drei Jahren Vollbeschäftigung herrschen können. Aber das kann ja keine sinnvolle Perspektive sein, die Rüstungsindustrie anzukurbeln. Zudem ist die zunehmende Arbeitslosigkeit auch ein Resultat der Rationalisierung der Arbeit. Und man kann diese Rationalisierung eigentlich durchaus positiv sehen. Aber bevor ich dazu komme, lassen Sie mich einfach ein paar empirische Zahlen sagen. Einfach zwei Beispiele, damit Sie sehen, wie viel sich in den letzten 20, 25 Jahren getan hat. 1986 verschweißten im Rohbau 1 des Wolfsburger VW-Werkes noch 300 Arbeiter ein Polo. Zwölf Jahre später, 1998, waren es nur noch 26. Den Rest besorgten eben Roboter. Gleichzeitig stieg die Produktivität um 100%. 1975 brauchte man noch acht Arbeitsstunden, um einen Fernseher herzustellen. 1979, also vier Jahre später, waren es nur noch vier Arbeitsstunden, also die Hälfte. Heute ist es weniger als eine Stunde. Dass in den letzten 20 Jahren so viele Arbeitsplätze in der Industrie wegrationalisiert worden sind, ist der Sache nach eigentlich nur zu begrüßen. Denn wenn ein Roboter in einem Fertigungsprozess den Platz eines Menschen einnehmen kann, dann heißt das ja eigentlich, dass die Arbeit des Menschen, die der ausgeübt hat, eigentlich menschenunwürdig ist. Und unter menschenunwürdigen Bedingungen stattgefunden hat. Arbeiter früherer Generationen hätten uns beneidet um die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Natürlich bedeutet das nicht, dass mit der Rationalisierung nicht auch erhebliche Probleme verbunden sind. Aber das Problem besteht nicht darin, dass diese Arbeitsplätze nicht mehr erhalten sind, sondern das Problem besteht darin, dass man, wenn man arbeitslos wird, nicht nur eine Arbeit verliert, mit der man Geld verdienen kann, sondern dass man aus ganzen sozialen Netzwerken herausfällt. Dass man in der Arbeit gemeinsam mit anderen Menschen etwas tut, was für die Gesellschaft wichtig ist und mit der man eine Anerkennung für einen selber bekommt, nämlich aufgrund des Lohns. Bevor ich mit dieser Überlegung fortfahre, möchte ich noch eine Sache zum Besitz sagen und zur sogenannten Glücksforschung in den Wirtschaftswissenschaften, die vor ein paar Jahren sogar mit dem Nobelpreis geadelt worden ist. Die Vorstellung, dass es unserem Leben besser geht, dass wir glücklicher und zufriedener mit unserem Leben sind, dass unser Leben gelungener ist, wenn wir einfach mehr haben und uns mehr leisten können, diese Vorstellung ist schlicht und einfach falsch. Und das ist keine abgefahrene These eines Philosophen, sondern eben Teil der Glücksforschung. Es macht für unsere Zufriedenheit, so haben diese Forscher gezeigt, einen großen Unterschied, ob wir uns kein Auto leisten können oder ob wir uns unser erstes Auto leisten können. Aber das immer bessere Auto, das immer größere, bequemere, schnellere Auto, sich leisten zu können, fügt dann diesem Gefühl der Zufriedenheit nur noch wenig hinzu. Zwar ist es so, dass wir am Anfang vielleicht euphorisch sind, wenn wir uns einen schnellen Schlitten leisten können, aber diese Euphorie und dieses Glücksgefühl verliert sich schon nach zwei, drei Wochen und am Ende sind wir in etwa wieder auf demselben Level wie vorher. Wir brauchen in unserem Leben nicht viel, um ein gelungenes Leben zu führen. Wir brauchen natürlich vom Besitz genug Geld, dass wir unsere Grundbedürfnisse befriedigen können. Wir brauchen Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Für die Familie brauchen wir Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Wir müssen uns am kulturellen, geistigen Leben unserer Gemeinde beteiligen können und so weiter. Aber es ist nicht so, dass immer mehr zu besitzen und immer mehr Geld zu haben uns tatsächlich glücklicher und zufriedener in unserem Leben machen würde. Es ist der Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität in Berlin, Bernd Guggenberger, der provozierend, aber doch mit einem guten Kern Wahrheit vom Modell Athen gesprochen hat, zu dem wir wieder zurückkehren sollten. Das Modell Athen besteht darin, dass es da die reichen Aristokraten gab, die eigentlich überhaupt nicht damit beschäftigt waren, zu arbeiten in dem Sinne, dass sie, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, um etwas Nahrung und Kleidung zu haben, etwas getan haben. Dafür gab es schlicht und einfach die Sklaven. Wenn Guggenberger vom Modell Athen spricht, so ist er für die Wiedereinführung der Sklavengesellschaft. Nun sind diese Sklaven eben keine Menschen mehr, sondern sind die Maschinen, die diese Arbeit für uns Menschen leisten müssen. Der Sozialökonom und Jesuit Oswald von Nelbreuning hat gemeint, in nicht allzu ferner Zukunft würde zur Deckung des gesamten Bedarfs an produzierten Konsumgütern ein Tag in der Woche mehr als ausreichen. Ein Tag Lohnarbeit, sechs Tage frei. Nur, was wir fragen können, was macht man in diesen sechs Tagen, wenn wir dann nicht mehr richtig arbeiten, in dem Sinne, dass wir da kein Geld verdienen. Es ist bezeichnend für viele Sprachen, dass sie eigentlich zwei Begriffe von Arbeit haben. Nur wir Deutschen, oder nicht nur wir Deutschen, aber wir Deutschen haben eben nur das Wort Arbeit, aber im Englischen, und nur auf diese Sprache möchte ich jetzt eingehen, gibt es zum Beispiel die Unterscheidung von Work und Labor. Labor betont in dem Tätigsein den mühsamen, mühevollen Prozess, mit dem auch Geld verdient werden kann. Work demgegenüber betont in dem Tätigsein den Aspekt des Werkes, der Leistung, der Aufgabe, der man sich stellt und die man bewältigt. Und es ist dieser Begriff von Work, der nun tatsächlich, wofür ich argumentieren möchte, Bestandteil des gelungenen Lebens eines Menschen ist. Die These ist also die, damit unser Leben gelingt, brauchen wir keine Lohnarbeit, aber wir brauchen eine Tätigkeit, die auch mühevoll ist und die auch daran besteht, dass wir immer wieder dasselbe tun, aber in der es um das Tätigsein, um die Aufgabe, um das Werk geht, was wir gemeinsam schaffen. Die viele Freizeit, die ein griechischer Aristokrat damals hatte, die hat er ja nicht einfach mit Nichtstun daheim in der Familie verbracht. Im Gegenteil. Das deutsche Wort Idiot leitet sich ab vom griechischen Wort Idion. Und Idion ist derjenige in der griechischen Gesellschaft, der eben privatisiert. Privatisieren tun, so die griechische Sicht, eigentlich nur Idioten. Leute, die nicht verstanden haben, worum es im Leben eigentlich geht. Ein gelungenes Leben zu führen bedeutet, öffentlich zu leben, bedeutet tätig zu sein, bedeutet sich einzumischen und bedeutet die Gesellschaft oder die Gemeinschaft oder in was für sozialen Gruppen wir uns auch immer befinden, diese Gruppen gestalten zu wollen. Werk, die Arbeit, also als ein Tätigsein, als Werk, als Aufgabe des Menschen. Diese Auffassung ist es, die bemerkenswert und interessant ist. Wenn Sie sich noch einmal an den Sinnbegriff erinnern, den wir im zweiten Kapitel der Vorlesung anhand von Susan Wolf erarbeitet haben, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, dass wir von Sinn dann sprechen, wenn uns eine Aufgabe subjektiv anziehend erscheint, aber auch objektiv attraktiv ist. Das ist genau das, was mit diesen Tätigkeiten gemeint ist. Sie sind mühevoll, man tut immer wieder dasselbe, aber sie sind objektiv attraktiv. Das heißt, nicht nur wir persönlich, das wäre das Idion, nicht nur wir persönlich finden das Anziehen und tun es deswegen, sondern wir sind davon überzeugt, dass es für eine relevante Gruppe von Menschen wertvoll und sinnvoll ist, dass wir diese Tätigkeit ausführen. Wir sind Teil einer Gemeinschaft, die gemeinschaftlich ein Werk herstellt. Es lohnt sich, diesen Gedanken noch etwas zu vertiefen und ich möchte das anhand von Hannah Arendts Buch The Human Condition oder Vita Aktiva tun. Hannah Arendt unterscheidet eben zwischen Labor und Work. Sie macht noch andere Unterscheidungen, die in unserem Kontext aber nicht relevant sind. Und der Aspekt des Labors ist das, dass man Dinge herstellt, die unmittelbar für uns Menschen, insofern wir eine biologische Natur haben, also essen müssen, trinken müssen, Nahrung brauchen, relevant sind. Dieser Aspekt der Arbeit als Labor, der ist notwendig für unser Leben als Menschen, aber ist nicht hinreichend für unser menschliches Leben. Denn das, was uns Menschen zu Menschen macht, ist eigentlich das Work, ist das, was Hannah Arendt das Herstellen von Kulturgütern nennt. Eine interessante Unterscheidung in diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen einem Ackerbauern und einer Hausfrau, die das Mittagessen kocht. Das, was die Hausfrau tut, wenn sie kocht, ist Labor. Sie versorgt die Familie mit dem, was die Familie braucht, weil wir Menschen eben was essen müssen. Was der Ackerbauer macht, ist Work. Natürlich produziert er auch Nahrungsmittel, aber er transformiert gleichzeitig den Wald oder den Feldgrund zu einem Acker, stellt also ein Kulturgut her. Und wenn auch das Herstellen von Ackerböden sozusagen die niedrigste Stufe von Kulturgütern ist, so stellt der Mensch doch in der Höchstform des Menschseins eben Hannah Arendt zufolge Kunstwerke her. Sie sind, ich zitiere, die beständigsten und darum die weltlichsten aller Dinge. Sie entstehen aus der Fähigkeit des Menschen, zu denken und zu sinnen. Sie sind wichtig dafür, dass wir Menschen, die in der Welt leben, auch in der Welt eine Heimat finden, in der wir zu Hause sind. Lassen Sie mich denselben Punkt noch einmal von einer anderen begrifflichen Unterscheidung aus vortragen. Wenn wir heute über Arbeit sprechen, dann sind unsere Überlegungen über Arbeit oft eingebettet in eine andere Überlegung, nämlich in die Überlegung über Freizeit. Manche Soziologen sprechen ja sogar davon, dass wir in einer Freizeitgesellschaft leben, eben in einer Zeit, in der Menschen immer mehr Freizeit haben. Der Begriff der Freizeit ist gebunden an den Begriff der Arbeit und entspringt eigentlich der industriellen Revolution. Denn vor dem Zeitalter der Industrialisierung gab es so etwas überhaupt nicht wie Freizeit oder wie das freie Wochenende, den Jahresurlaub. Alles Begriffe, die sich dann erst rausgearbeitet haben. Freizeit ist also doppelt auf die Arbeit ausgerichtet. Einmal begrifflich, weil der Begriff der Freizeit ohne den Gegenbegriff der Arbeit keinen Sinn mehr macht, und zwar Arbeit verstanden als Lohnarbeit, aber zweitens, weil wir eben auch einen großen Teil unserer Freizeit darauf verwenden, uns von der Arbeit zu erholen, in einer Art Gegenwelt zur Arbeit zu leben. Wenn nicht noch viel mehr. Wenn die Arbeit selbst nämlich eine Lohnarbeit ist, die uns aber nicht die Zufriedenheit im Leben bringt, die wir eigentlich vom Leben erwarten, weil die Arbeit unter Umständen ganz stumpfsinnig ist oder weil es nur Ärger mit den Kollegen gibt, dann wird auf einmal die Freizeit als der Bereich, wo wir eigentlich unser Menschsein ausleben, wird die Freizeit besonders wichtig. Freizeit ist also die Zeit, in der wir tun und machen können, was wir wollen. Das ist unsere Sache, wie wir die Freizeit gestalten und in der wir uns von der Arbeit erholen. Wenn das jetzt stimmen sollte, dass wir auf Dauer immer weniger Arbeit im Sinne von Lohnarbeit haben und immer mehr Freizeit haben, dann scheint mir das, diese Art sein Leben zu verstehen, eigentlich kein geeignetes Modell zu sein für die Zukunft unseres Lebens. Es lohnt sich auch hier, einen Begriff auf die antike Kultur zu werfen. Die Antike kannte den Begriff der Xolay, der schwer zu übersetzen ist. Die gängigste Übersetzung ist eigentlich Muße, aber dieses Wort ist natürlich altbacken und verstaubt. Es ist, und das Xolay sind zwei Dinge gemeint. Zum einen einfach die Zeit, die ein Bürger Athens verbringt, um, und das ist jetzt die zweite Bedeutung des Begriffes, um bestimmte Dinge zu tun, nämlich sich fortzubilden und in Gemeinschaft mit anderen die Stadt Athen, die Polis Athen zu gestalten. In dieser Xolay-Zeit tut man nämlich etwas. Man diskutiert mit anderen, man hört mit anderen Vorträge, man geht auf den Marktplatz und unterhält sich über Politik mit anderen. Es ist also eine Zeit, in der man nicht privatisiert, denken Sie an das Idion, an den Idioten, sondern eine Zeit, die man zur Gestaltung des Lebens der Gemeinschaft einsetzt. Denn keiner diskutiert allein und keiner bildet sich allein.